Die 3,5 Tonnen Sportklasse macht sich fertig, der Hannibal fährt an den Start. Das ist der Heimspiel für mich und wird bestimmt ein toller Tag, aber wir feiern den Titel noch einmal mit den Siegern der Hauptsportklasse. Klar, Matthias, das war für einen, der Christauer, Frank, 2 und die Wien, auch der 1, der in Runde abgeschlossen, er gewöhnt, er gewöhnt, er gewöhnt und damit, ich schaue auf den Startbereich, das ist Christian Abrahams, er kommt hier als 1. Starter mit dem Hannibal. So, startfrei, Christian Abrahams, Hannibal. Ja, der Grenzwag steht noch ein bisschen schwer, wir scheitern es hier für die geiler Tonnen Sportklasse, natürlich wieder komplett eine Bedingung hier das letzte Woche im Südorf, wo wir in den Baden hatten, die Knochen trauen waren, die steinhart waren, die Asphalt, hier heute haben wir wirklich schön durchwachsen im Leben, der ist an der Oberfläche ein bisschen weicher jetzt, natürlich schnell weiter hoch, wenn man ein bisschen Profil hat. Ja, der Hannibal, der trefft sich jetzt mal hin zur 70, 80 Meter Marke, so scheitig ist, und jetzt sehen wir, dass der Grenzwag wieder noch ein bisschen leichter gemacht. Die Motoren, die ihr jetzt in dieser Klasse seht, rußen so stark, weil sie generell mit Sprintüberschuss betrieben werden, damit sie nicht in Hitzetot sterben. Das führt zur Produktion von sehr groben Rußpartikeln, die nicht genug gängig sind, also keine Fahrung. Die Alternative wären höhere Verbrennungstemperaturen und höhere Einspritzdrücke mit einer feineren Vernebelung, die den Verbrauch senken, aber dann werden die Partikel kleiner und ungängig, und das wollen wir natürlich auch nicht. Und es entsteht oben drauf noch viel Stickstoffoxid, das wird dann wiederum gesundheitsgefährdend. Und das muss man einfach so sagen, was das Ganze uns da bietet, und gucken, wie wir uns glücklich festlegen. Jetzt generell erst einmal der nächste, erste Wertungskohlenkörner ab, kurz vor den Grenzwagel, mit neu eingestellten Grenzwagel, und mit vielleicht den Wertungskohlenkörnern. Ja, ich habe mit Absicht jetzt mal eben nichts gesagt, ich denke, besser erklären wie Ulf, hätten wir das eh nicht können. Damit ist eigentlich alles gesagt, was Kehrdiesel betrifft, was die Abgaswolke betrifft, was den Sprit, der hier verwendet wird, betrifft. Das hätte ich einfach nicht besser erklären können, und damit ist eigentlich auch alles gesagt. Das ist ja ziemlich groß, ja, das kommt davon, halt wirklich, was er sagt. Wir haben noch ein paar zu heiß, in der Ladagode, und dann geht die Hüte auf, in der Tülle ab. Oh, das könnte ganz eng werden. Der Tülle ab. Ah, 99, 80, 99, 80. 20 Zentimeter fehlen dann doch. Ja, aber Ulf sagt, dass der Bremswagen scheint gut zu stehen. Ich denke, ein, zwei Traktoren sollten auf jeden Fall darüber gehen. Und der Turnitup, wie schon gesagt, lässt einen Testpull davon machen, und wird dadurch nochmal an den Start gehen. Ja, Ladedruck wird aufgebaut. Drei Jahre Bauzeit stecken in dem Schlepper. Zu viel Kupplung. Ja, erstmals von der Bremswagen, der Nordmörssee zumindest bei einer DTDU-Veranstaltung. Und der Stefan Gammerschlag, der ist ein alter Hase. Vorher war auch noch alt Humor oft unterwegs gewesen, wie wir jetzt nicht. Ich starke mal sehen. Und der Neubau optisch schon mal 1a, oder? Genau, Starterbruch innerhalb der 20 Meter, bedeutet, dass der Fahrer sagen kann, bitte einmal noch zurückziehen. Ich will es gerne nochmal versuchen. Und genau das wird wohl auch gerade gemacht. Daniel sagt, dass die Kupplung wird gut warm wahrscheinlich jetzt schon sein. Ja, auf jeden Fall. Ist in dem Fall das gut, dass die Kupplung schon eine gewisse Wärme hat, oder ist das jetzt sehr zum Nachteil? Das sehen wir jetzt. Ja, anfahren ist nicht so einfach in der Klasse. Du musst ganz, ganz lange mit einer schleifenden Kupplung fahren, gehst du eine Sekunde zu früh runter, bricht der Turbo in der Regel ein und der Motor ist fast leistungsfrei. Nicht mal zu früh, zu weit vom Pedal runter. Das ist das auch noch die Sache. Okay. Du hast ja dein Pedal, wie beim Auto kann man sich dir das vorstellen, langsam loslassen, dann fährt er ja irgendwann los. Und wenn du dann ruckartig loslässt, dann macht das Auto hoch und schwimmt nach vorne. Das ist bei den Kuppeln halt auch so. Und sie sind halt dafür konzipiert, lange Schleifpunkte zu überstehen, sag ich mal. Damit Ladedruck im Turbo aufbauen kann, ja. So, dann der nächste Starter, Walt Puma. Mit Sicherheit ein Kandidat dafür, der hinten ankommen kann und will. Ja, wollen tun sie es alle. Lass uns mal überraschen. So, dann der nächste Starter, Walt Puma. Mit Sicherheit ein Kandidat dafür, der hinten ankommen kann. Nee, war auch noch ein bisschen gequält gefühlt, ne? Sag mal was für den Reifen. Dürfen die hier auch die Polarreifen fahren oder wie war das? Ja, sah spektakulär aus. War das Hüpfen jetzt gerade ein Resultat von zu früh von der Kupplung, zu schnell von der Kupplung? Ja, das hat sich irgendwie weiter gefordert. Und jetzt auch bei diesem Bullen, der Schleifel mit seinem Traktor. So, Ragen Green, der nächste Starter. Frechdachs wohl nicht da. Hunter wohl auch nicht da. Ragen Green damit der nächste Starter. Für ihn wird die Strecke noch einmal eingepflegt vom Bandwässer, vom Team Arnold. Aber dann geht es hier. Der nächste 100 Meter wachlaufen wird. Bis sie bis heute wieder da anstufen, weil durch den Tausch, ich und mein Deutz. Wir sind für alle in das Tausch. Ich und mein Deutz, ich und mein Deutz. Ich und mein Deutz, ich und mein Deutz. Ich und mein Deutz, ich und mein Deutz, ich und mein Deutz. Ja, DJ Dan, ich und mein Deutz. Theoretisch dürfen wir das bestimmt laufen lassen. Ich weiß nicht, ob da GEMA drauf ist. Keine Ahnung. Er selber hat bestimmt nichts dagegen. Musik Ja, schöner Pull, würde ich sagen Ja, das sag ich auch Oh, 99,30 99,30 Wollte ich sagen, ja, eigentlich ja Ja, aktuell trennen den ersten und den zweiten genau 50 cm Ulf sagte jetzt gerade nochmal, falls keine Fullpuls fallen, wird ganz normal wieder Best of Five Im Finale ausgefahren Sieht man wenig, ne? Ein bisschen kann man das erahnen, oder? So, Daumen drücken, los geht's Flieger Steinsenten Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Ja, scheint so. Genau so wird es wohl gewesen sein. So, der Hulk, der kann das auch. Das sollte er aber gewesen sein. Jawoll! Voll Pull! 102 Meter 62, 102 Meter 62. Fürs Stechen müssen sie den Hulk noch sauber machen, dann wird er grün. Ja, scheinbar wird gerade mal probiert, was die Lautsprecher hier abkönnen, irgendwie. So, turn it up. Oh, oh! Das sah super, super gut aus. Und am Schluss ging die Puste wieder aus, das könnte ganz eng werden. Er hat richtig Speed draufgekriegt, der war gut in Fahrt. Da ist er, Voll Pull! 100 Meter und 16 Zentimeter. So, ich sage vorsichtig, wir sehen den zweiten Full Pull. Beziehungsweise den dritten. Ich sage, Uschi kriegt das auch hin. Das denke ich auch. So, auf der Suche nach Ladedruck. Ach, schade! Ach, schade! Ach, schade! Ja, so wollen wir das sehen, genau so wollen wir das sehen, 100 Prozent. Ja, da ist er, der Sieger aus Füchdorf, alles andere wie ein Full Pull, wäre eine Enttäuschung eigentlich. Wenn er so läuft wie letzte Woche, denke ich, ist das eine ganz klare Sache. Runde 1000 PS, auch so einen kleinen Motor gekratzt, Respekt dafür. Das Problem ist natürlich, umso mehr Leistung du rausholst, umso weniger, wie soll ich sagen, Haltbarkeit ist es zu erwarten, wenn du nicht regelmäßig das Ding mal auseinander nimmst und reinguckst. Oh, an sich sehr schöner Pull, aber wo stand der Bremswagen? Jawohl, Full Pull, 101,37. So, Fan-Triple-X, ja, schnell gestartet, schnell gelandet. Da war auch der Ladedruck weg, leider Gottes. Ja, genau, Ulf sagt das gerade nochmal. Wenn du merkst, der Pull läuft nicht richtig, hast du als Fahrer die Wahl, vor den 20 Metern vom Gas zu gehen und der Trecker muss vor 30 Meter ausgerollt sein. Dann hast du die Möglichkeit, dich zurückziehen zu lassen vom Bremswagen und direkt einen erneuten Start zu fahren. Die Weite jetzt aktuell wäre 24,13. Ja, wie wir gerade sagten, er lässt sich zurückziehen, er will direkt nochmal. Aber es ist schon ein bisschen Pokern, denke ich. Also, du kannst auch den Motor damit kaputt quälen, wahrscheinlich. Ich wollte sagen, wir haben hier, was haben wir jetzt gerade, 18? Ich glaube, das ist, ja, ich meine, die sind in Hasmo schon bei über 35 Grad gestartet und so. Da haben die, auch die Motoren, ganz andere Probleme. Ja, Daumen drücken. Schade. Ja, wir hören es gerade, der No Mercy kommt nochmal zurück, der möchte nochmal. Super, super schick. Drücken wir ihm die Daumen, dass das Ding hier zählt. Wie vorhin schon gesagt, drei Jahre Bauzeit stecken da drinne. Dann bist du natürlich auch glücklich, wenn du ein paar Meter gezogen, Chris. Doch, das glaube ich wohl, dass das nicht so einfach ist. Das ist wahrscheinlich jetzt, wie Stefan Heul immer sagt, Daten, Daten, Daten. Abgas, Wasser, wenn sie Wasser haben. Was mit Öltemperatur, auch noch nicht so wichtig auf dem Stück. Okay. Ja, deutlich besser eben wie eben, würde ich behaupten, aber da geht bestimmt auch noch mehr. Ja, die werden noch ein bisschen einstellen müssen. So, Reds in Green. Oh, das wird wieder ganz eng. 70 Zentimeter fehlten ihm vorher. Jawohl. Full Pull. 100 Meter und 75 Zentimeter. Damit auch im Stechen. Ja, das wollte ich gerade noch mal fragen. In den Getrieben ist wahrscheinlich auch fast komplett Eigenbau. Also auch hier wird nicht mehr unbedingt Serie gefahren. Ne? Ja. Das ist auch oft beim Pkw, hat der Rückwärtsgang auch auf eine gerade Verzahnung, deswegen habt ihr beim Rückwärtsfahren dieses Jaulen, beim Vorwärtsfahren wird das ja nochmal weggemacht, indem eine schräge Verzahnung ins Getriebe gebaut wird und die Kraftübertragung ist allerdings besser bei einer geraden Verzahnung, darum fahren fast alle hier mit geraden Zähnen im Getriebe. So, der Hulk und Daumen drücken. Ja, das sah gut aus. Ja, 102,63 Meter im Pull-Off, erster Starter am Stechen. 2,63 Meter im Griff, erster Starter am Stechen. Ich glaube auch nicht ganz in den Range in Green, aber trotzdem ist der nicht gut gegangen. Kleiner Gieser zwischendurch. Raus in Torlader, Armin in den Köln-Tur. Mit Umlauf die Metermarte, 98, 22. Wir können alle hier in den Piraten. Ja, es ist durch. Ja, es ist durch. Ja, es ist durch. Hier wird der Schraubon garantiert am Kopf, dann ist wohl korrekt. Denn jetzt, wo mir jetzt im Moment klar steht, eine Topfavorite hier auf dem Tagessieg. Schola Pascal Puce, auf geht's! Der Köln-Tur. Der Köln-Tur. Der Köln-Tur. Der Köln-Tur. Der Köln-Tur. Reicht das für Bratz 1? 102,63 Meter hatte der Halt. Was hat der Showdown? Die hat den, dass die Power von Köln ist. Die hat den, die... Die hat den, die... ...mitterweil dazu. Wie ich auch schon vieles. Er hat zum Wohne dabei geflüstert. An den Nachrichten im Moment sowas von 1.100 PS Leistung in den Schnecken. Gucken, wo ist nun mal komplett gearbeitet. Und das ganze hier heißt, ein Treistofzug, wo man gut gearbeitet. Und er sagt selber 1.100 PS Leistung, wollte es sein. Er hat mir auch gesagt, seid doch groß! Ja. Der ist sogar von Füchner, der Topfabrik, Direktions-Roddiwillen! Hier ist ein komisch gesandtes Video! Alles in der linken Fahrtkarte! Die Fremdung! Haarscharf! Und es reicht sich für den Showdown! Für Showdown! Willkommen! Einstimmiges Publikum! Und er macht sogar hinter den Teil! Er muss so viel Grenzen nach dem Gewalt! Und er ist wahrscheinlich gut, weil die Werbung ist froh! Hier bei der Siegerung! Für den Platz am Rony Gitarre! Der Rotsammer Rony Mehle! Dankeschön! Zeiget ihr Applaus! Sehr süßer! Der sympathische Sachse! Unter drei! Ganz kleines Team! Und der Unterwege für dieses Jahr will er von Start mit Wache versprochen! Wieder drei! Rony Mehle! Wacker! Der zweite Platz geht an den Vizemeister 2022! Ein riesen Applaus für Matthias Eckhoff und seinen Heil! Das ist doch was ich da schreibe! Ja! Ich mach ja noch gut so! Ich will auch zurückzunehmen! Das ist mir doch echt! Das Team aus Bartow, Malfechter! Er holt nach zwei! Bartow kommt noch nicht! 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 Jetzt geht's mit dem Tor! Heißlitz! Lone Kahn! Magador! Wir brauchen den Heimspieler von Swergel! Bei der Siegerung! Er ist im Platz hier! Das wärst du nicht! 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 Der Heimspieler von der Allatom-Klasse! Und er holt im Tageslied! Pascal Krusel und der Showdown! Juhu! 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 Platz 1! Es geht auf die Ehrenrunde! Lasst euch feiern! Wir feiern mit der Allatom-Sportklasse! Ab geht's auf die Ehrenrunde! G quit! Juhu! 1- curvature! 8-0-0 Queatle! Du dr patience! Zwei-Wur-Wurr Du auch mit der Alла скlar!